hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die so ich habe die kisten zwischen den folgen also ich bin gestern am abend noch herum gestern nach der aufnahme habe ich die kisten entleert jetzt habe ich ein wenig den rest noch mit dem bringe zurück zu den gerabel kisten und ja ich würde sagen tag zwölf abends wir machen noch so lange wie hell ist ja irgendwann ja ist aber nicht eilig ja so habe ich mir aber ein anderes gebäude angesehen das auch gar nicht so weit von hier weg ist wenn wir sehen ob wir überhaupt eine lundsäule dort brauchen so also was man bisher haben das hier und das hier und jetzt wollen wir da noch ein einfach mal alles weg in der nacht können wir ja dann sortieren wobei das immer mit so austauschen mit dem hier so also die lutzäule dort hinten ist ausgeräumt so das war eine super luther die hat mir echt gut gefallen so und zwar ich möchte gerne dieses kleine häuschen ich glaube nämlich aus einem mir unverständlichen grund haben wir das noch nie besucht was will ich jetzt machen ich möchte gerne super bin gespannt ob da überhaupt was drin ist das nicht so was wo mal irgendwann mal ein bär herumgelaufen ist auch das weiße fass keine bombe oben drauf sehr schön da bläst mir der wind um die ohren und nachher will ich auch damals rein so aber zuerst das muss mal sein da 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 so da höre ich schon ganz gut herum da war da nicht einer oder hinten war er Sollte ich mir den Meer anschauen? So, auf den Bauch. Auf den Kopf. Da habe ich irgendwann mal einen Bären gesehen. Irgendwann. Irgendwann. Im nächsten Leben. So, dann schauen wir da mal rein. Jawohl, Schießpulver. So, bedeutet. Ab jetzt, meine Freunde. Handelt es sich um Einbruch. Warum mache ich eigentlich die Tür auf? Wenn ich schneller daneben durch bin. So, der Bauarbeiter ist unzufrieden. Klar, ich will seine Baustelle verwüsten. Das würde mir auch nicht gefallen. Au. So. Ist da noch jemand? Nö. Nein. So. Dann hier. Dann hier. So. Ui. Ist da was drunter? Das sieht echt so aus. Aber da ist nichts mehr. So, aber laut genug sind wir ja für drei. Also. Mal jetzt endlich da reinschauen. Oh, wie cool. Oh. Oh. Ja, ich habe sie gehört. Meine Nemesis. Das ist, 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 ist. Aber wir sind dort hinten, oder? Genau. Da ist er. Aber nur einer. Es ist nur einer. Mit dem könnte ich mich anlegen. Ich brauche hier Übung. Ja, genau. Versteck dich hinter dem Kaktus. Hä? In den Poppes. Ich bin froh, dass der Bär nicht auch dort war. Ich bilde mir nämlich ein. Vor einigen Tagen, vielleicht sogar einer Woche, habe ich da einen Bären gesehen. Tja. Und jetzt ist er weg. So, ich brauche das Messerchen. Äh, scrappen, scrappen, scrappen. Oh, da geht's. Yeah. Da geht's immer ans Leder. So. Dann gehen wir die Treppe da nach oben, weil im oberen Stock waren wir noch nicht. Die ist zwar entriegelt. So, erster, zweiter. Super. So. Sehr schön. So. Ich sollte mir den nochmal, ähm, Bolzen aus Eisen machen. Ich glaube, das würde sich rentieren. So. Ich wollte ein Dornzimmelt. So, verhautet der Müll. Super. Da war auch irgendwas mit den Dingern. Ja, so draufschlagen. Ja, da kriegt man Unmengen von Papier. Genau. Also Unmengen, aber doch, schon ganz schön. Ja, da kann ich meine Memoire anschreiben. So, versiegelte Versandkiste. Oh, wie cool. Oh, ich mag das, diese Werkzeugkisten und überhaupt, allgemein. So, Müllwühlen. Ja, sehr schön. So, dann waren wir da drinnen. Ganz tolle Sachen. Hm. So, und wir sind schon wieder überfüllt. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind ja echt, also jetzt, diesmal, wirklich nicht weit weg von zu Hause. Also würde ich sagen, aufs Fahrrad schwingen und zu Hause abladen. So. Die Bäume müssten wir auch irgendwann mal fällen, oder? Och. Was können wir später tun? Lass doch, das mache ich doch morgen. So. Dann haben wir hier. So. Es ist einfach großartig, dass wir viel Loot zusammen sammeln. Es ist echt Wahnsinn. Nur wobei, das können wir aus... Nein. Das können wir austauschen mit dem hier. Du, 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 du. Aufs Fahrrad und jetzt zum Wohnhaus. Zur Wohnhausanlage. Wir haben auch schon mal schön gegraben. So. Und da bin ich ja gespannt. wenn da der wer vor der tür sitzt so ich glaube das sinnvollste ist wenn ich hier wenn ich mir doch eine kiste hinstelle so also so über dem einhang kiste 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 so zweimal fertigen das darin super so und jetzt können nämlich die kisten da über den eingang am hängen nämlich zum beispiel hier und und hier so für später für später so so hoffentlich kein bär hier ja ich weiß es wird dunkles wird abend und wir hören so auf jeden fall machen wir die so zu sagen die gänge frei super willst du boxen ja aber ich nicht auf den komm da ja der nächste die erschrecken mich ja alle immer so so wie wärs mit tanzen beim nächsten machst du die tür auf bitte soll ich warten soll ich dir helfen ich weiß nicht du bist so mühsam bis der da durch ist habe ich die blüte abgenommen ist er durch er ist durch er ist durch so wo da ja und auf die füße auf die füße auf die füße so ich möchte aber zuerst den gang so wir machen ein zimmer nach dem anderen aha so wie nehmen uns da ein woanders so nächstes zimmer ein schönes bad da sind wir dann ins bad gereist so was haben wir da noch ah plastik so nächstes zimmer bücher sehr gut moment war da was locker so couch 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 du verschwendest die zeit ja aber es macht nix so super so was ist da nix wahrscheinlich der hinterausgang hallo meine blume schön schön alles doch schön und da liegt ein topf oder eine bombe je nachdem so ähm das kann man mal scrappen wobei muss ich mich jetzt mit scrappen befassen nö oder so was haben wir da in der küche da 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 super so eine art gemeinschaftsküche oder und schon ist überlastet so dann kann man auf der seite dringen topf pflanze also war nicht dasselbe oder nö das ist die andere seite so dann würde ich mal sagen hier hinein mit euch das ist super dü 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 ach, wieder eine da, ja das ist super da waren wir noch nicht aber wenn ich da rübergehe okay deswegen So, dann gehören wir hierher. Oh, sorry. Aiden. Wunderbare Terrasse. Ach, es ist schon schön. Es ist schon schön. Der Sonnenuntergang hier. Wunderschön. Wunderschön. So, randalieren wir wieder ein bisschen. So, die kreuzchen wir auch noch mit. Ich will ja ans Leder. So. Mein Stuhl. Oh, mit rosa Hose. Super. So, das nehme ich an. Ist so ein Absteckhämmerchen. Da, 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 da. Super. Und keiner da. Dann zerlegen wir zuerst mal das Bett, oder? Klar, das machen wir. Sehr gut. So, was könnten wir da noch? Äh, da. Dann haben wir da noch die Küche und das Bad. Toilette. Super. Ich danke schön. Oh, wie cool. Oh, ist das super. Ist das super. Oh, na klar bin ich überlastet. Aber. Da stand jemand in der Küche. Ein Zombie. Der hat da randaliert. So, dann waren wir da. Dann waren wir da. Und da geht's rauf. Okay, da geht's weit rauf. So, dann würde ich sagen, ähm. Ich lege das mal wieder ins Kistchen. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So, damit das letzte Schwarze hier weg geht. Das hätte ich schon gern. Okay, so. Was ist denn da drin? Ich wusste nur noch sechs Minuten Zeit. Und dann. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Das Wahnsinn, das letzte Schwarze. 120 von 121. Ach. Oh, meine Topfpflanze. Sehr gut. Oh, will ich trotzdem haben. Die Couch muss weg. Die Couch muss weg. So. Ach, diese Spieluhe. So. Ach so, ist ja zehn. Ist ja nicht neun. So. Mach die guten Stiefel. So. So. Dann, äh, hier. Da, 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 da. 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 So. Die Armbrust. Wenn ich die verliere, bin ich auch echt, echt dauerlich. Ich hab mich so an die Armbrust inzwischen gewöhnt. Und die ist so schön. Die ist wirklich, also schön, aber wirksam. Es geht um Wirksamkeit. Und da sind wir mit der Armbrust gut dabei. Oh, Ofen. Oh. Oh, wie cool. Hab ich das jetzt gerade richtig gesehen? Ah. Die Irrelsoße. Gut, das Rezept kannten wir schon. Ich freue mich trotzdem drüber. Hätten wir es noch nicht gekannt, hätten wir es jetzt bekommen. Oh, er muss auch. Also nicht schlecht. Das Militärlager war natürlich besser von Lund. Aber ich bin echt nicht unzufrieden. Also dafür, dass das ein Privathaus hier ist. Hi. Oh. Oh, zweimal das gleiche Bild. Super. So. Wird natürlich zerlegt hier. Ja. Aiden muss immer weg von der Wand. Immer wichtig. Aiden muss immer weg. So. Was ist da drin? Oh. Das Bad. Sehr gut. Das gibt gute Waffenteile. Waffenteile. So. Dann haben wir hier noch. Ja. Oh, wie cool. So. Das heißt, das Erdgeschoss haben wir jetzt gleich fertig. Ja, Wahnsinn, oder? Super ist das. So. Dann bin ich hier noch. Jetzt sind wir alle fertig. Super. So, wir leeren mal aus. So, und gehen hinein. Einmal gehen wir noch nach oben. Und schauen mal kurz. Und schauen mal kurz. Dann machen wir gleich ganz auf. Na, mal ehrlich. Soll ja Luft dazukommen. Ich höre schon einen. Aber von wo? Meine Blume. Kann ich ihm nicht den Fuß abhacken? Das wäre schon sehr schön. So. Oh, wie cool. Total cool. So. Aber, meine Lieben. Ich werde das Häuschen jetzt aber auch schon wieder verlassen, denke ich mal. So. Warum jetzt? Jetzt, wo es gerade spannend ist. Ja. So. Heute. Weil 22 Minuten, diese Folge, weil, ganz simpel, wir haben das Folgenende erreicht. Ursprünglich hat es geheißen, 20 Minuten, eine Folge. So. Und deswegen folgend Ende. Oh, wie schön. Schauen wir mal. Und vielleicht machen wir diese Nacht keine Sortier- und Baufolge, sondern vielleicht. Aber es kommt darauf an, wie ich auch dazukomme. So. So. Da, 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 da. Und jetzt die dritte. Die da, die haben wir auch schon angefüllt. Super. So. Und die da haben wir auch schon angefüllt. Oh, nein. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Eines machen wir auf jeden Fall noch. Wir holen den Rest aus der Kiste. Oh, wie schön. Ich mag den Sonnenuntergang. Da holen wir uns den Rest aus der Kiste. So. Haben sich die Zombies jetzt alle wieder hingelegt? Wahrscheinlich. So. Alles leer? Scrappen, scrappen. War ja nicht scrappen. Oh, da wäre die Farbe drin gewesen. Ja. Ja. Scrappen. So. Genau. Verändern. Ich nehme die Farbe raus. Ich nehme die Farbe raus. So. Scrappen, scrappen. Ach so. Ja, das kann man essen mal. Ach, wie schön. So. Hilft aber nichts. Wir sind trotzdem am Folgenende. angelangt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, aber du könntest ja noch. Ja, klar. Ich habe irgendwas gehört. War das ein Bär? War das ein Hund? Die Schwebelaterne ist auch noch da. So. Ich bringe alles mal weg. Fahrrad aufheben. Super. Super. Wahnsinn. So, meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Immer wieder protege. Euer Herr. So. 繼.